Musik Es gibt im Prinzip zwei Schwerpunkte. Das eine ist die Vorstellung neuer Produkte. Wir haben ein neues Flachdachsystem, ZENIC, das sich dadurch differenziert, dass es besonders leichte Aufdachlösungen für Flachdächer ermöglicht. Wir haben ein intelligentes Energiemanagementsystem, wir haben eine Softwarelösung. Die Installateuren ermöglichen es, komplette Systeme sehr leicht zu konfigurieren am Computer, um komplette Angebote daraus zu erstellen. Der zweite Schwerpunkt ist eigentlich eher darin zu sehen, dass wir uns ja selber als eine sehr starke Betriebsorganisation sehen, die eben sehr viele Dienstleistungen unseren Installateuren gibt, zum Beispiel auch technische Unterstützung. Musik Besonders an dem Ziel ist, dass wir uns ja selber als eine sehr starke Betriebsorganisation sehen, das System ist, dass es halt sehr leicht ist, das heißt, auf Dächern aufgebracht wird, wo nur noch sehr wenig statische Reserven da sind und dass es sich dadurch im Vergleich zum Wettbewerbssystem dadurch unterscheidet, dass wir eine Kombination aus Gewichtung und Folienbefestigung haben und dadurch auf die Reihenverbinder verzichten können. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020